Wer klopft denn da wie ein wilder Stier von draußen an die Eingangstür? Ich guck mal durch den Türspiel, ja alles klar, das dachte ich schon. Da steht der Mann von DHL, der hat es heute besonders schnell. Da steht der Mann von UPS und der macht da ganz viel Stass. Wer klopft denn da wie ein wilder Stier von draußen an die Eingangstür? Ich guck mal durch den Türspiel, ja alles klar, das dachte ich schon. Da steht ja nun der Hermesmann, der hier ja niemals warten kann. Da steht ein falscher Polizist, der hat sich aus dem Knast verpasst. Wer klopft denn da wie ein wilder Stier von draußen an die Eingangstür? Ich guck mal durch den Türspiel, ja alles klar, das dachte ich schon. Da steht er nun, der Enkelrick, der übt noch seinen Enkeltrick. Da steht der Stromableser, das ist ein richtig Böser. Wer klopft denn da wie ein wilder Stier von draußen an die Eingangstür? Ich guck mal durch den Türspiel, ja alles klar, das dachte ich schon. Da stehen zwei Momonen, die wollen uns belohnen. Da stehen zwei alte Frauen mit ganz viel Gottvertrauen. Wer klopft denn da wie ein wilder Stier von draußen an die Eingangstür? Ich guck mal durch den Türspiel, ja alles klar, das dachte ich schon. Da steht der Mann von Amazon und der beliefert die Region. Da steht ja meine Nachbarin und die will Salzichlasseren. Wer klopft denn da wie ein wilder Stier von draußen an die Eingangstür? Ich guck mal durch den Türspiel, ja alles klar, das dachte ich schon. Wer klopft denn da wie ein wilder Stier von draußen an die Eingangstür? Ich guck mal durch den Türspiel, ja alles klar, das dachte ich schon.